Wir haben einen Fotokontest. Ja, das ist ganz einfach bei dem Fotokontest. Fotografierst du eine gute Idee, eine lässige Person, irgendwas am Festival. Habt ihr ein Gaudi, macht Fotos und ladet das dann auf der Kunstmüh Facebook-Page hoch mit dem Hashtag Kunstmüh15 und damit seid ihr automatisch im Kunstmüh Foto-Contest mit dabei. Die Leute können für eure Fotos voten und wer zum Schluss, also am Montag um 18 Uhr die meisten Votes hat, der wird zwei Shirts gewinnen. Eines mit alle Bands vom ersten Tag, ein zweites mit alle Bands vom zweiten Tag, wo die alle auf diese Kunstmüh Shirts unterschreiben und ich denke mal, das ist ein netter Preis und ich hoffe, dass viele Leute da mitmachen und ja, schauen wir mal, was da so alles an Fotos zusammenkommt. Jetzt kriege ich eine Banane. Eine Banane ist immer gut auf dem Kunstmüh Festival. Absolut. auch guck wo guck Untertitelung des ZDF, 2020